Wer weiß, dass es zu tun wird. Guten Morgen, verehrte Lurker von Berlin. Heute ist Donnerstag. Es ist ein wunderschöner Tag. Ein neuer herrlicher Tag im herrlichen Germania. Ein jeder von Ihnen hat Großes für das Vaterland zu erledigen. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Bürger, wenn Sie mit Ihrem Tag lagen beginnen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay, give us time. Was? Ein Eindringling! Ich werde dich wie ein... Oh! Ah! Oh! 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 Das war's für heute. Müller, ich habe die Kreisau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller, Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen mich bei den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegenverstanden. So? 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 So Das war's. 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 Das war's.